Hallihallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier, WoW, auf meinem Channel. Wir haben letzte Folge eine Begleiterquest gemacht, das war auch cool. Ich wollte auch diese Eierquest machen, allerdings bin ich hingerannt, hier so, bis hierher, und habe hier aber schon jemanden gesehen mit der Eierquest. Das heißt, ich habe das jetzt sausen lassen, weil es keinen Sinn macht. Okay, weil man da wirklich warten muss. Wir machen jetzt ja aber das, wir entweinen jetzt dieses Feuer, kriegen selbst hier 28k Erfahrung. Oh, heilige Scheiße. Ist das viel? Ja Leute, da wisst ihr, was wir die Folge machen. Wir fahren ja, wir klappern nur die Dinger ab, ich schwöre auf alles. Also was anderes macht ja gar keinen Sinn. Wir warten jetzt hier mal noch ab, bis ich ja mein ganzes Ding hier habe. Tanz um den Sonnenbaum und dann geht es richtig vorwärts, Kinder. Hier gibt es auch noch Quests, guckt mal. Wahnsinn. Gut, jetzt haben wir hier die 60 Minuten voll. Wir geben jetzt erstmal eine Quest ab. Man bekommt nur durch Töten von Monstern 10% mehr Erfahrung. Aber Leute, das ist, äh, das zahlt sich aus. Wir nehmen das hier an, wir nehmen ja den ganzen Quatsch an. Okay, wir machen das auch ein Stück weit. Hier ist jemand tot. Umarmen. Jetzt haben wir zwar auch PvP an, aber das ist halt so. Erfolgguide. Wenn jemand tot hier rumliegt und ihr könnt den Leichnam anklicken, dann müsst ihr ihn umarmen. Weil ihr dadurch ganz einfach einen Erfolg bekommt. So einfach ist das. So einfach kann es gehen. Aber man ist dadurch PvP flagged und ist natürlich dann auch eine Zielscheibe für Hi. Hi, Leute hier. Gut, geben das hier ab, der durstige Goblin. Wir haben ja letzte Folge da so lustige Sachen machen dürfen. War jetzt nicht schwierig, aber hat ein bisschen gedauert, aber war alles cool. Summa summarum haben wir da zwei gute Quests abgeschlossen und sogar diese Schildkrötenquests mitgenommen. Also eigentlich hat es sich wirklich gelohnt. Kann man jetzt nicht abstreiten. Nochmal 26k. Guck mal, hier ist eine Kisara. Die wird mich gleich töten. Die guckt mich schon so beschissen an. Da. Okay, das ist dann Karma, weil ich den Leichnam umarmt habe. Wie kann ich es wagen? So, wir sind jetzt PvP aktiv, PvP inaktiv. Daut auch 5 Minuten. So, und wie soll ich mich jetzt hier 5 Minuten verstecken, ohne dass die Alte mir hinterher rennt? Hier, Blutelf, Bubble Party. Töte mal bitte das Mädchen jetzt. Die wird mich ja eh handeln. Also, ich hab's doch im Urin. Allerdings ist es gut, wenn man durch PvP stirbt, dass man keinen Rüstungsverlust hat, ne? Das ist halt echt not bad. Sprinkel möchte, dass er einen violetten Trager ansucht und ihn hier bringt. Das ist jetzt eine Quest. Wir nehmen die mal an. Nur um zu gucken, wo es denn hier hingeht. Äh, wie heißt die Quest? Sprinkels Geheimzutat hier. Ist ganz woanders. Na ja, ihr seht es hier, das ist im Hinterland. Können wir in dem Sinne direkt abbrechen, weil da werde ich jetzt nicht hingehen. Okay, echt kack auf die Erfahrung, wirklich. Das Dschungel-Ei bringt eine Gorigi-Duftdrüse und 5 Erdproben von Un-Goro zu den Eich-Miss-Stösel-Bruchen-Gätschitzern. Können wir auch machen. Wobei das halt alles jetzt, äh, gerade von Un-Goro ist, ne? Guck mal, da ist, da ist ja, da ist ja der Mensch wieder hier, die Nervensäge. Rennt da ja hinten wieder rum. So nervig das auch klingt jetzt hier. Wir sind gleich Level 52, heilige Scheiße. Und wir haben unseren Stunden-Buff verloren, das ist halt auch nervig. Können wir nehmen das alles jetzt mal an hier. Ich würde sagen, wir gehen doch zum Krater. Eigentlich habe ich jetzt Lust, hier rumzufliegen, ja. Spiel mit dem Feuer, können wir auch machen. Und ich muss ja jetzt hier noch erstmal die Quest hier machen. Erd die Flamme, genau. Wieder 14k, also löschen bringt mehr als, äh, löschen bringt mehr als Ehren. Aber dafür, da kriegt man ja auch gut Gold. Drei Gold sehe ich hier, Alter. Gut, wir wirbeln jetzt hier noch ein Stück weit. Und, äh, können das hier mal noch machen, ne. Erkundung des giftigen Unterschlupfs. Ist jetzt auch nicht geschenkt, die Quest, aber können wir auf jeden Fall machen. Können wir auf jeden Fall machen. Ich sag, wie es ist, Leute. Ups. Muss mal kurz hier was schauen. O, B, S. Wie lange habe ich das jetzt hier, Eigenschaften? Wie lange hatte ich jetzt hier aufgenommen? Eine Minute bloß, okay. Na, das ist ja gut. Eine Minute ist ja okay. Alles klar. Hey, ich muss so viel trinken. Wobei das auch nur ein kleines Glas ist, ne. Da passt jetzt nicht so viel rein. Gut, ihr habt mich überredet. Dann machen wir halt hier einfach, äh, weiß ich nicht, was wir jetzt hier machen. Wir können ja so ein Stück weit die Friedenfeuer so einfarmen. Da, wo wir denn die, äh, Punkte haben, ne. Die Flugpunkte. Wir sind ja jetzt hier auch noch nicht viel gereist oder so. Das könnte man aber auch mal abwickeln als Let's Play. Also so als wirklich, wie man es richtig macht. Also komplettes, kompletter Sonnenwind-Farming-Guide oder ich sag mal äh, diese World-Events, das könnte man mit 80 richtig, richtig verfolgen. Ich glaube, das wäre auch eine coole Sache. Also wir leveln definitiv sehr, sehr schnell. Aktuell. Es ist wirklich richtig krass. Na. Hauptsache erstmal ein Stück weit weg von, äh, den Allianzern da hinten. Und dann machen wir das hier und springen mal hier rein. Wir gucken uns das hier mal an. Oder? Wobei man das bei Zabasne schon gesehen hat, ne. Bei meinem ersten Charakter. Ich bin hin- und hergerissen, Leute. Ich bin wirklich hin- und hergerissen. Ich habe jetzt auch eine Quest. Brennte Steppe. Da würde ich ja auch gerne hin, ne. Aber da müssen wir auch viel und weit reiten noch. Das können wir eigentlich mal machen, theoretisch. Also eigentlich spricht da nichts dagegen. Wollen wir mal das machen? Ich bin... Ja, unschlüssig tatsächlich. Also es ist echt nicht einfach gerade. Das irgendwie so zu entscheiden. Dann wäre auch was zeigen, was irgendwie interessant ist, ne. Also das tut ja alles schon richtig weh, was wir hier machen. Aber die hauen halt auch ordentlich rein, ne. Das darf man auch nicht unterschätzen. Gerade die hier. Oder diese komischen Silithus-Viecher. Die sind echt nicht ohne. Also die tun auch ordentlich weh. Mit Dots und allem, was die können. Ich meine, hier hast du zwar fast nur 100% Chance. Bislang sieht es ja richtig gut aus. Sind ja auch nur 5 Teile, die wir brauchen. Das ist jetzt nicht so viel. Aber danach musst du wirklich raggen. Ja. Ja, noch... Oh, Alter. Rache ist so eine Wucht, ey. Ohne Spaß. Rache ist so eine Wucht. Da haben wir es schon, Leute. Da haben wir es schon. Pass auf, wir gehen jetzt ja trotzdem her. Wir müssen da ja jetzt nicht zwangsläufig questen. Okay? Wir gehen da trotzdem her. gehen hier noch rein in diese eine Höhle und rennen einmal quer hoch. Das ist jetzt the way to go. Den Superkleber breche ich ab. Machen wir jetzt nicht. Oh, lol. Ja, da kämpfe ich lieber. Das muss ich echt so sagen. Da kämpfe ich lieber, anstatt hier gelähmt weiterzurennen. Und das Vieh sticht mir in den Rücken. Gut. So, das können wir wirklich definitiv... Das können wir so machen. Das klingt erstmal nach dem Plan. Und von dort aus fliegen wir dann ein Stück weiter zurück. Okay? Ziel ist brennende Steppe. Da würde ich gern... Oh, der östliche Königreich. Westliche? Hä? Also Pestländer. Nicht Königreiche, Pestländer. Können wir denn da hin? Das ist ja hier oben alles. Östliche, westliche. Man fängt ja mit dem westlichen an, ne? Glaub ich. So war das. Guck mal, da sind sogar Quests gewesen hier. Ach, das ist Ander City hier, ne? Ja, okay, okay. In der Scharlach-Rote-Kloster. Ja, die Quest ist doch hier schon tausend Jahre alt. Das bringt ja alles nichts mehr. Ja, lol. Das hätte ich mal abgeben können. Ich keck. Oh, nee, du. Die Waffe wäre cool gewesen. Guck mal, die ist gar nicht so bad. Eigentlich. Ja, das Stock, keine Ahnung. Und die Kette, ja gut. Kann man machen. Muss man jetzt aber nicht. Ja, das bringt ja gar nichts mehr. Das, äh... Wobei der Händlerpreis 1,80 nicht bad ist, ne? Ach, ich weiß auch nicht. Erde von Ungoro kann man auch farmen. Und in Donnerfels abgeben kann man auch... und mal Haar kaufen. Das sind auch Free XP, Leute. Free XP. Ich schwör's. Falls ihr euch jetzt wundert, ich melde mich bewusst nicht mit Dunge Bros an. Ich will jetzt, äh... Ich sag mal in der... Ja, ich will ein bisschen... Bisschen hier Content jetzt sehen. Außerhalb von Dungeons, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, wir rennen jetzt hier runter. Gorigi Hift, Drüse und bla. Das machen wir jetzt. Das sind auch leider solche komischen Silitusviecher. Solche komischen... Insekten. Okay, das war close. Hier sehen wir schon, haben wir wieder eine Quest. Machen wir jetzt aber nicht. Machen wir gar nicht. Machen wir gar nicht. Auch wenn das gute EPs sind. Ich weiß, ich weiß. Machen wir jetzt aber gar nicht. Ich würde gerne wirklich, äh... woanders questen. Wer die aufmerksamen Zuschauer unter euch haben, schon gesehen. Bei meinem ersten Let's Play mit der guten Zerbuff, ne? Allianz Druide war das. Haben wir nämlich ja auch alles abgegrast und gemacht und getan. Bis zum... Geht nicht mehr. Also da haben wir wirklich hier auch alles ausgelutscht in, äh... Gerade von Unkoro. Normalerweise würde man hier weiter questen. Ja, es bietet sich halt perfekt an. Das ist halt so eine richtige Reihe an Ereignissen. Also man kann hier wirklich von, ja, Brachland hier über 1000 Nadeln, Tanaris, gerade von Unkoro Silitus, theoretisch durchquesten. Das kann man definitiv machen und das machen auch sehr, sehr viele. Wenn man hat kurze Laufwege, man muss ja nicht groß um die Welt reisen, ne? Das bietet sich halt wirklich an. So, der Mob hier ist jetzt Level 53. Wir sehen es hier. Wir treffen nicht mehr alles. Der will uns hier noch zusätzlich, äh... Toxisch betäuben. Nicht mit uns. Da haben wir schon mal die Gorigi Hüft... Hüft? Ne, Gorigi Duftdrüse. Mein Gott. Jetzt brauchen wir noch Erde von Unkoro. Dann haben wir es hier eigentlich schon, oder? Ich muss da gar nicht rein. Lol. Na, perfekt. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier. Na, ist doch perfekt. Das ist richtig gut. Ich hätte gedacht, wir müssen da jetzt rein. Es gibt noch eine Quest, da muss man dann da reingehen. Trollhexendoktor, haben wir hier auch eine Quest. Aber das ist ja auch Schlingdorndal. Das ist ja auch alles, alles... Alles. Das bringt gar nichts mehr. Na, das bringt wirklich überhaupt nichts. Das mit der Erde ist wichtig. Hier rennen auch lustige Dinosaurier rum. Die sind halt einfach 5 Meter hoch. Teufelsdinosaurier aus der Elite. Level 45. Mit fast 6... 7,6 K live. Kann man machen. Gibt hier aber eine Quest, die werden wir definitiv machen. Ich schaue noch, ob die Quest dann auch vorhanden ist. Das ist auch wieder so eine Begleiter-Quest. Das können wir auch definitiv mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Und wir laufen ja eh straight up hoch. Also passt das eigentlich auch in dem Sinne. Das ist jetzt kein Umweg. Sondern einfach wieder noch Free-EP zum Mitnehmen. Na, wir wollen ja hier auch relativ schnell vorankommen. Aber ich glaube, der Kollege ist nicht da. Nee, hier, da wartet schon der Nächste. Lost my Priest, okay. Hier liegt nämlich einer, der heißt Falco oder Rico oder irgendwie sowas. Und der muss quasi ins Dorf gebracht werden. Aber wir warten jetzt ja nicht noch. Das mit dem Ei hat sich dann wahrscheinlich ja auch gegessen hier in Tanaris. Ist eine ganz geringe Chance. Besteht, dass ich das trotzdem noch mache. Aber verschwindend geringe Chance. So, das ist jetzt ja auch nicht schade, dass jetzt hier unser Tanz um den Sonnenbaum-Buff hier ausläuft. Obwohl wir nichts machen. Es geht ja einfach nur ums Haben. Und man kann ja immer wieder dran wirbeln. Das dauert ja summa summarum vielleicht eine Minute. Und dann hat man ja die vollen Stacks wieder da. Jetzt grisselt mein Bild. Meine Facecam. Weil ich glaube, das liegt aber hier am Game. Oder? Ich werde jetzt auch so ein bisschen blass und durchsichtig. Transparent. Das ist natürlich nicht schön. Aber ich kann es gerade auch irgendwie nicht ändern. Ich weiß nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das mache. Cam auf jeden Fall. Eigenschaften. Sieht eigentlich gut aus. Ich weiß gar nicht, warum das so griselt hier. Sag mal. Okay. Ne, jetzt geht es ja wieder. Oder? Komisch. Also ich bin da leider nicht so. So richtig im Bilde. So. Hier gibt es doch bestimmt auch so ein. Flösch mein Feuer Ding. Guck mal. Er hat mal übel viele Quests. Aber wir werden ja nicht bleiben. Mann, was willst du? Wieso greifst du mich an? Hier gibt es kein Lüsch mein Feuer Ding. Ja, mach es mal ein Flugpunkt. Das ist schon mal das Wichtigste. So. Hier gibt es echt kein Lüsch mein Feuer Ding. Gibt es ja wirklich nicht. Ah, jetzt habe ich wieder PvP. Mann, scheiße. Ich fall da immer drauf rein. Oh Gott. Ey, das ist ja ein reines hier Dodging. Dodging Ball. Oh mein Gott. Sau zu lange. Ey, der. Rache heute hat uns gut getan. Hätten wir getroffen. Jetzt zum Schluss. Toll. Danke dafür. Der hat aber viel Essen gehabt. Der Kollege war gar nicht so Quatsch. Das ist aber laut. Ne, hier gibt es nicht so ein Wirbel Ding. Da bin ich jetzt umsonst hier geritten oder was? Ja, das ist natürlich richtig, richtig kacke jetzt. Also ist ja richtig schlecht jetzt hier. Das muss man jetzt aber auch mal so sagen. Also das geht so nicht weiter hier. Okay. Ja, die Pflanzen. Wobei das im Aha attraktiv ist, muss man ja auch so sagen. Gut, da fliegt man nach Gadgetzan, weil wir haben eine Quest. Und da kaufen wir jetzt auch auf definitiv das ganze Zeug. Die Erde von Ungora. Das darf ich jetzt nicht vergessen, das dort zu kaufen. Leute, wir sehen uns dort. Guti, Leute. Jetzt hier angekommen wieder ein Gadgetzan. Werden wir hier mal eben die eine Quest abgeben. Das war jetzt nur noch eine. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Ich habe schon wieder... Achso, einfach nur diese Centauri-Dinger. Okay, und jetzt gehen wir uns... Aha. Wir kaufen jetzt Erde von Ungoro und davon kaufen wir viel. 25 Stück brauche ich. 25 Erde von Ungoro, wenn wir zwei Point-Spealer, ne? Mein Gott. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das hier reinlöten soll. Aber halt hier, keine Ahnung. Einfach irgendwie. So, Erde von Ungoro hier. Hast hier schon mal 5. Hast hier 10. Und da hast du hier dann 25. Perfekt. War letztlich teuer. Hat jetzt hier vielleicht 6,5 Gold gekostet? Ist ja jetzt kein Aufwand. Ich meine, wir kriegen jetzt ja... Es wird sich schon lohnen. Denke ich. Können wir gleich noch eine Quest abgeben. Ist halt echt geschenkt. Dschungel-Eye. Guck mal, 30k Erfahrung. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir noch eine Quest. Aber das ist wieder... Hier. Was will der hier? Ach, Superkleber. Okay. Machen wir auch nicht. Ähm... Das ist ja jetzt hier bloß, äh... Na, sag schon. Ach, keine Ahnung. Gerade von Ungoro, Mensch. Mein Gott. So, dann können wir mal parallel schauen. Donnerfels müsste ich hin, ne? Bevor das auch irgendwie nicht mehr Sinn macht. Jetzt können wir mal hier schauen unter den Erfolgen. Wir haben ja jetzt hier... Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Sonnenwände, genau. Und das haben wir ja ans Kalimdor, ne? Löscht. Können wir ja gucken. Löschen. Und... Die Feuer von Kalimdor können wir auch mal gucken, ne? Packen wir uns beide hier rein oder gucken wir uns das mal an? Löschen. Löschen bedeutet Allianzgebiet, ne? Eschenthal, Blutmythos, Desolar, Feralas, Winterquell. Silithus wäre was. In Silithus könnten wir was löschen. Blöd nur, dass wir jetzt wieder in eine ganz andere Richtung rennen. Oder wir gucken hier, beziehungsweise und. Hast du auch Silithus mit Ehren? Also da hast du doppelt. Hat man denn ja was? Jetzt bin ich hier schon in tausenden Nadeln. Ja, hier gibt es auch was zum Ehren. Hier gibt es was zum Ehren. Und hier gibt es auch nichts zum Ehren. Okay. Ja, Silithus ist halt blöd jetzt, ne? Ja, rennen wir jetzt zum Freiwillenposten. Leute, wir sehen uns da. Ich will jetzt hier nicht irgendwie... So viel gekattet in der Folge, ey, scheiße, Mann. Oder? Wird gekattet? Ne, komm, scheiß drauf, oder? Ist ja Quatsch, wenn ich das jetzt reinkatte. Komm, lass mal das. Wir rennen jetzt zum Freiwillenposten, erhören das, fliegen dann woanders hin. Machen wir so. Klingt nach dem Plan, Leute, klingt nach dem Plan. Feralas könnte man dann auch anschließend machen. Da gibt es ja hier einmal löschen, genau. Und einmal Ehren. Perfekt. Na, machen wir jetzt hier tausend Nadeln und dann straight Feralas. Und wir sammeln gleich die Flugpunkte, das ist doch geil. Wird jetzt mal ein anderes Let's Play an der Stelle, ihr Lieben. Ne? Haha, geil. Während wir das Ganze machen, kann ich ja unbeantwortete Fragen beantworten. Es gibt keine. Gut, Fragerunde zu Ende. Oli, warum spielst du kein WoW mehr so oft? Ich spiele also den Low, den Charakter spiele ich hier, meinen Krieger. Und es macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Es ist halt wirklich dieses Ding, wenn du zu viel WoW spielst in kurzer Zeit, ist man gefixt. Ja, man ist, man wird in einem Bann gezogen, sag ich mal. Und da ist es erstmal schwer wieder auszubrechen. Von alleine. Also so habe ich die, das sind so meine Erfahrungen. Ähm, und ich habe das halt schon viele Jahre. So, also ich spiele ja WoW jetzt hier nicht zum ersten Mal. Sondern ich habe schon ein paar Jahre mit dem Game auf dem Buckel, tatsächlich. So, und das, äh, die Erfahrung will ich halt weitergeben. Und deswegen spiele ich den Low und zeige das hier beim besten Ermessen. Allerdings ist das auch gleichzeitig die, die Beantwortung der Frage, warum ich nicht mehr raiden gehe. Beziehungsweise, warum ich jetzt hier keinen Progress mache, obwohl das alles ja, obwohl ich es könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Oder obwohl ich da die Leute da am Start hätte. Ja, das ist jetzt so der Hintergrund. Ganz einfach. Na, weil ich einfach keinen Bock habe, in diesen Bann gezogen zu werden. Und außerdem, Rising Gods ist jetzt schon ziemlich lange auf diesem Patch stand. Ja, das muss man auch mal so sagen. Kataklysm ist ja, keine Ahnung, äh, um das mal höflich auszudrücken, eine Todgeburt. Hier auf dem Server. Und, ähm, wer weiß, wann das denn endlich mal zum Leben erweckt wird. Gut, wo haben wir denn jetzt hier das Feuer? Ach, hier unten, natürlich. Ich renne hier umsonst hoch, oder was? Das ist natürlich, das ist natürlich jetzt richtig, richtig, äh, richtig gut. Ich bräuchte so einen Fallschirm, so einen Ingenieursfallschirm bräuchte ich jetzt. Dann könnte ich da runterspringen und wäre da. Und ich würde leben. Das wäre gut. Nein, so renne ich jetzt hier an den Bogen. Oh Gott. Das ist auch so die Engine in WoW, ist halt einfach tricky ohne Ende. Habt ihr das gerade gesehen? Ich war jetzt einen Schritt an der Wand zu nah dran und war fast runtergefallen. Ich muss echt ein bisschen aufpassen, so. Schwuppdiwupp ist man tot, Fallschaden, tot. Das passiert dem besten, Leute. Das passiert dem besten, ich spürs. So, wo war der Bums, die Würstchenbude hier? Da. Schön. Der Witz ist, jetzt muss ich da, nee, ich renne ja nicht hoch. So, das war's. Wie viel EP? 14K. Für nichts tun. Und 3 Gold 70, ne? Jetzt haben wir jetzt schon mal einmal diese Goro Erde drin. Entspannt, ne? Echt entspannt. Wasser, meine Lieben. Wasser ist Leben. Es geht allen so. Und ich muss ehrlich sagen, ich hab ETC und Ruby schon so oft durchgenudelt, genau wie die anderen ganzen Rates. PDK damals, als ich anfing hier auf dem Server groß zu raiden, mit PDK war das. Da gab's noch diese PDK Gold Rates, die fand ich ja übel crazy. Da haben die Leute ja teilweise 6.000, 7.000 Gold für das Trinket, ja. Der Herz der Leblosen, oder wie das heißt, dieses Caster Trinket, dahin geblecht. Und das kam dann in einen Goldtopf. Und der Goldtopf wurde dann durch die Anzahl der Spieler am Ende vergeben. Da hast du dann so mal so machen vielleicht 500, 600 Gold am Ende bekommen. Ja, die Items wurden halt einfach versteigert. Die hatten ein Startgebot. Und dann musstest du dann einfach wie eine Auktion hochhandeln. Super lustig. Macht halt keiner, gar keiner mehr. Finde ich schade eigentlich, weil war schon nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall hab ich das halt richtig, richtig durchgenudelt, das Ding. Also da war wirklich jede Woche 10er, 25er, PDOK teilweise mit richtig gutem Gear. Also damals gut, wobei du heute auch gutes Gear dafür brauchst, beziehungsweise echt die Erfahrung haben musst. Ich könnte es heute nicht mehr spielen. Ich wüsste einfach nicht mehr, wo die sich unterscheiden. Also worin der Heroic Mode besteht. Aber das war schon echt crazy. Ich glaub 5 von 5 hab ich sowieso nicht gelegt im HC, sondern nur 3 von 5 oder so. Oder 4 von 5 und den letzten immer. Das war immer auch schwierig. Anub. Zu töten auf HC, das war gar nicht so einfach. Und im 10er war es aber noch schwieriger. Weil da musste wirklich jeder wissen, wie er was er tun muss. War alles interessant, ne? Nicht mehr so einfach wie ICC. Wobei ICC HC ja auch nicht einfach ist, okay? Aber trotz alledem hat man hier keinen Stress auf dem Server, das einfach zu laufen oder da durch zu carried werden. Das ist alles möglich, ja. Das muss man fairerweise auch mal so sagen. Mittlerweile ist das alles Free Loot, will ich meinen. So ein bestes Lodger ist zwar geil, steckt ja auch sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Zeit drin, ne? Aber es ist kein Hexenwerk mehr. So und das, äh, das wissen die Leute auch. Ja, ja, auch dem Server teilweise. Es fehlt einfach Content. Es fehlt wirklich Content. So für die alten Hasen. Wenn hier Kataklisten kommen würde, würde ich mit meiner Revealer sogar alle Erfolge abgraßen. Ich schwöre. Ich sag, wie es ist. Da würde ich sogar vielleicht wieder meine Mountruns ins Leben rufen, ne? Die guten alten Mountruns. Ist jetzt auch schon wieder knapp zwei Monate her, als ich die tatsächlich gemacht habe. Und ja. Das ist so ein bisschen aktueller Standarddinge so. Und es spielen halt wirklich nicht viele Leute mehr hier. Also, gerade auch bei dem besten, bei dem guten Wetter, ne? Wenn ich hier an den Wert-Chat gucke. Hier sagt er mir ja gleich, nimm mal den Ebulak hier raus. Ebula. Wir könnten doch hier questen, ne? Fällt mir gerade auf. 800 Leute online. Okay, das ist jetzt nicht so wenig. Aber, äh, könnte ja doch viel mehr sein, ne? Ich sag, wie es ist. Wollen wir hier questen, Leute? Puh. Ja, warum nicht? Brauche ich auch nicht so weit drin. Hier habe ich ja alles. Aber trotzdem würde ich gerne eigentlich so ein bisschen mehr die Flammendinger machen. Jetzt habe ich da ein bisschen Blut geleckt. Muss ich, äh, auch so sagen. Guck mal, ist der ja verquestert. Das ist ja hier, oder was? Also, und das? Natürliche Materialien. Eyo. Jo. Widerstand, Alter. Hier muss ich nach Tanaris wieder zurück. Das ist der Witz, ne? Das ist der echte Witz. Guck mal, wo der mich hinschickt. was soll das so dann haben wir hier dieses flammending jetzt müsste ich halt lügen wo das bei der allianz steht da haben wieder 370 14 kb oben ist aber eine quest zum abgeben einfach da ist jetzt wirklich die frage wo ist das ding ich glaube aber das ist ja auch dieser mondfeder insel oder wie das ding heißt mondfeder feste oder sowas das ist ja nicht auf der insel auf der oberen kann ich mir richtig gut vorstellen dass das ding da steht zum löschen da würde ich gerne noch mal die erfahrung sehen weil 14k da war das war das war doch mehr beim löschen beim löschen war es doch mehr 20 oder 25 oder auch krass fast doppelt so viel wahnsinn die ep wird hier raus geschallert das ist wahnsinn guck mal ja die ist noch level 42 44 eigentlich ist das hier nicht werf was ich eigentlich vorhaben das sind ja vielleicht eine handvoll quest wenn überhaupt das weiß ich nicht mein düsterbruch war man ja bislang auch nicht kommen wir packen das ja weg hier kommen ist ja quatsch beim gucken mal wurde auch hier uns hinschickt ja guck mal wurde er hätte uns ja hochgeschickt noch ich meine da müssen wir eh lang wenn wir noch desolar wollen und da schließe ich dann so ein bisschen der kreis im steinkreingebirge so man läuft ja quasi so eine runde steigen steinkreingebirge war ja nur kurz hätte ich echt gerne leute dass du mir da so ein bisschen helft also das sind jetzt so noch die paar letzten abschließenden worte nein nicht ganz aber wohin soll ich questen das wäre mir ganz lieb da mal bitte wirklich was wollt ihr sehen welches gebiet da machen wir das so ein bisschen community art ich bauen wir das hier vielleicht auf und jetzt mache ich jetzt erst mal wegen den tagen hier ist ja doppelt ep mache ich auch so ein paar feuerfestival grillwürstchen abklappern und dann ja schauen wir mal das oder plan ich sag mal das doppelt ep ding ist ja dann noch bald zu ende wieder ich werde jetzt hier vielleicht morgen noch mal aufnehmen eventuell freitag noch mal aber da werde ich nur die würstchen buden abklappern und damit kommen wir vielleicht auf level machen wir vielleicht noch ja ist aber 54 55 und dann gibt es ja nicht mehr so viele alternativen das ist ja jetzt einfach so winter quell hat man dann silitus wäre natürlich todes ironisch aber es ist halt war und was hat der hier geschrumpfte riesen hier muss man ganz einfach so ein ding nehmen man bekommt so ein item und dann muss man die elite mobs hier quasi runter schrumpfen und treibstoff für riesen hier muss man wasser elementar kerne töten also looten von gegnern und die sind hier auch so verteilt am strand jetzt muss man theoretisch warten bis das schiff kommt mache ich vielleicht derzeit ein screenshot für tamme und so vielleicht sogar ein leichnam das ist aber level 80er das sogar ein hunter oder ja krass da machen wir das so oder einfach druck leichnam von bunjak ok ja ja fährt ein schiff richtig bis zur inseranie wir sehen die heute noch schon die die hütte also eigentlich ist es nicht so weit weg man könnte das jetzt auch schwimmen aber wir stehen ja schon eine weile also müsste theoretisch das schiff ja auch bald kommen oder warum bin ich so verpixelt verdammt so christlich meine güte da kommt denn das schiff da da ist es ja im augenwinkel groß fährt halt nicht aber rüber schwimmen jetzt es kommt oder ja ich glaube es kommt sehr witzig wenn die sicht so lustig eingeschränkt ist ich glaube es kommt jetzt kommt oh mein gott man hat aber auch anlag ohne ende teilweise ist es ja wirklich so ich springe jetzt was auf das boot kommt super feralas tanaris hat er den desolat desolatze desolatze noch was offen eigentlich sind das für easy sachen ne düster marschen tetrasil ist nicht so einfach weil das ist wirklich man muss durch dann das rennen oh nee die töten mich doch oh mein gott hey was ein käse ich bin so blöd die töten mich doch mein gott hey was ein quatsch ohne ende ja da ich bin so blöd die klarstehende wachen auf dem schiff das ist doch nicht unbewacht meine güte echt also wirklich ist bin halt einfach versager zusammengekehrt schlimm 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 es kann ja eigentlich nicht sein wir sind sogar gerade mal dringend obwohl unser kopf rausguckt aber unser raptor hier wahrscheinlich der ist hier kurz vor mir muss man mal springen und erfüllt sich das auch wieder so ein kleines stück ja ist weiter als gedacht aber ich sag mal desolatzen müssen wir nicht zwangsläufig mitnehmen ich mache dann ruhestein und bin dann in brackenwall hier nämlich und hier habe ich ja auch möglichkeiten das könnte man schon so machen ich glaube das ist eine gute sache da fliegt man ja schnell noch dann darüber donnerfels also dann nächste folge und da ist dann dann ja da geht es dann weiter wir suchen jetzt nur noch das feuer und dann ist ja gut ist natürlich von der allianz bewacht so einfach wie in gedget zahlen in tanares ist es nicht überall sei mal dazu gesagt ich sag mal hier haben wir wahrscheinlich weniger probleme mit der allianz aber bald von elvin sowas das ist da bist du wahrscheinlich ein gern gesehener gast mit dem level ist ja auch schön nacht elf ist ja alles das ist ja ja nachtelfen besiedelt ne die leben ja hier um den bäumen wie kleine holzwürmer bester vergleich irgendwie tut mir der hals ein bisschen weh guck mal die hat 11.000 leben die dame die haut mir doch jetzt sofort eins in die phrase jetzt ist halt die frage greift er mich jetzt an ja natürlich greift er mich an solange ich ihn auch nicht angreife kriege ich bin ich auch nicht flagged ne der darf nichts von mir abkriegen guck mal hier hinten oh ist das schön eric felixe und seine frau page felixe 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 so jetzt aufpassen wie viel erfahrung kriegen wir auf insel santor sator boah 30k fast heilige scheiße das ist ja wirklich doppelt zu viel holy shit level up 53 junge ging das schnell kriegstreiber ok mhm kritisches blocken schildschlag benutze ich nicht so ach es ist ein schild hieb es ist ein schildschlag ich müsste mal zum ausbilder wenn den verwüsten weil verwüsten reißt quasi die rüstung runter na das kann man wirklich machen ja das kann man wirklich parallel gut mal mit rein senken also rüstung zerreißen ist schon gut da kann ich immer spam beim bosskampf da brauche ich nicht mal rüstung zerreißen drücken sondern ich benutze einfach verwüsten das ist eine feine sache gut freunde wir sehen uns in der nächsten folge es werden weiterhin die flammen geerbt und gelöscht so sammeln wir jetzt erstmal erfahrung das macht ja auch sinn ihr habt ihr grad gesehen das waren jetzt 20 prozent oder so was wir da jetzt einfach einheimsen konnten ganz ganz tiefenentspannt jetzt bin ich sogar pvp fleck ihr seht es aber ich bring grad keine ehre oder so also bin ich ehrenlos so wo ist die flamme hier hier draußen jetzt ist immer ein level höher wie viel erfahrung kriegen wir passt sich das an theoretisch muss das so sein wir hatten 14 600 und bekommen jetzt 15 200 600 erfahrung mehr gut ihr lieben wir sehen uns dann in der nächsten folge ich fliege jetzt ja noch schnell zum ah nein das ist bestimmt hier wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin leute ciao ciao